Hey, einige von euch haben das vielleicht schon gesehen, bei anderen oder halt auch nicht, aber ich will es euch auch noch mal zeigen und zwar gibt es in Atheon eine neue Chest. Bis jetzt kommen dann nur Bruchstücke raus, aber vielleicht wird das auch zu einer Exit Chest, wenn nächste Woche der Weight aktiv ist. Man weiß es jetzt noch nicht. Die Kiste zeige ich euch jetzt einmal. Ihr könnt euch in den Weight im Moment schon reinglitschen und die ist auf jeden Fall in dem Level 30er und Level 26er Weight auch schon verfügbar und wenn ihr euch da reinglitscht in den Weight, könnt ihr einfach an der ersten Kiste, lauft ihr nicht weiter durch das Labyrinth, sondern springt im Prinzip den Weg, den ihr auch gehen müsstet, wenn ihr die Geister für die keine Zeit für Erklärung holt und dann müsst ihr einfach durch das Labyrinth so ein bisschen durchlaufen und gelangt eben zu dieser Kiste. Was sagt ihr denn dazu, dass es jetzt schon eine neue Kiste im Atheon Weight gibt oder man die schon finden kann? Eure Meinung dazu würde mich einfach mal interessieren. Schreibt sie mir doch mal in die Kommentare. Von meiner Seite war es das erste Mal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!